Heiner Koch ist ein römisch-katholischer Geistlicher und Erzbischof von Berlin. Leben Koch wuchs als Sohn eines Justizamtsrats im Düsseldorfer Stadtteil Eller in der Gemeinde St. Gertrud auf und war dort KJG und Ministrantenleiter. Nach dem Abitur am Düsseldorfer Geschwister-Scholl-Gymnasium studierte er katholische Theologie, Philosophie und Erziehungswissenschaft an der Universität Bonn und beendete das Studium mit dem Staatsexamen in Erziehungswissenschaft und der Promotion zum Dr. Theol mit einer Dissertation über Befreiung zum Sein als Grundperspektive christlicher Religionspädagogik. Seit Beginn seines Studiums ist Koch Mitglied der Theologenverbindung V. K. Th. Burgundia Bonn. Am 13. Juni 1980, seinem 26. Geburtstag, empfing er im Kölner Dom das Sakrament der Priesterweihe. Anschließend war er bis Ende 1983 Kaplan an St. Martinus in Karst. In den folgenden sechs Jahren bildete die Jugendseelsorge den zentralen Schwerpunkt seiner Arbeit. So war er zunächst Stadtjugendseelsorger und BDKJ-Präses im Stadtdekanat Neuss. Ab dem 1. April 1984 war Koch als Hochschulpfahrer an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf tätig und gleichzeitig Subsidier an St. Paulus in Düsseldorf. Auf Bistumsebene trug Koch seit 1989 Verantwortung. 1989 wurde ihm die Leitung der Abteilung Erwachsenen-Seelsorge im Kölner Generalvikariat übertragen. Zugleich war er Diözesan-Frauen- und Männerseelsorger und Kf. Diözesan-Präses. Am 1. November 1992 übernahm Koch die Leitung der Hauptabteilung Seelsorge im Generalvikariat. Im Oktober 2002 wurde er zum stellvertretenden Generalvikar ernannt. Von 1989 bis August 2006 war Heiner Koch auch Rektor Eccelsier der Kirche Sankt Maria Himmelfahrt in der Kölner Marzellenstraße. Von 1993 bis 1998 war er zudem Subsidiar an der Hohen Domkirche zu Köln. Und seit dem 1. August 1998 gehörte er als residierender Domkapitular dem Kölner Metropolitenkapitel an, Papst Johannes Paul II. Er nannte Koch am 19. September 1993 zum Kaplan seiner Heiligkeit und am 10. Februar 1996 zum päpstlichen Ehrenprelaten. Für den Bund der historischen deutschen Schützenbruderschaften war Koch von 1995 bis 2014 als Bundespräsident zuständig. An Vorbereitung und Durchführung des XX. Weltjugendtags in Köln war er von 2002 bis 2005 als dessen Generalsekretär verantwortlich beteiligt. Er ist als Magistral Kaplan Mitglied des Malteserordens. Weihbischof in Köln am 17. März 2006 ernannte ihn Papst Benedikt XVI. Zum Titularbischof von ROSCRE und zum Weihbischof in Köln. Am 7. Mai 2006 empfing Heiner Koch durch den Erzbischof von Köln, Joachim Kardinal Meisner. Im Kölner Dom die Bischofsweihe mit Konsekratoren waren die Kölner Weihbischöfe Manfred Melzer und Rainer Maria Woelki. Sein Wahlspruch Gaudete Semper Dominus Prop entstammt dem Philippabrief. Als Weihbischof war Heiner Koch im Erzbistum Köln Bischofsvika für den Pastoralbezirk Süd mit über 600.000 Katholiken, der die Stadt Bonn, den Rhein-Sieg-Kreis, den Rheinisch-Bergischen Kreis, den Kreis Euskirchen und die zum Erzbistum Köln gehörenden Pfarrgemeinden des Kreises Altenkirchen umfasst. Ferner war er Bischofsvika für die Seelsorge an fremdsprachigen Katholiken im Erzbistum Köln und Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für die deutschsprachige Seelsorge im Ausland und seit dem 25. April 2012 Vorstandsvorsitzender des Diözesan Caritasverbandes für das Erzbistum Köln e. V. Bischof von Dresden-Meißen Am 18. Januar 2013 ernannte ihn Benedikt XVI zum Bischof von Dresden-Meißen. Die Amtseinführung durch den Metropoliten der Kirchenprovinz Berlin, Rainer Maria Kardinal Woelki, fand am 16. März in der Dresdner Hofkirche statt. Apostolischer Administrator von Dresden-Meißen. Für den Zeitraum zwischen Ernennung und Besitzergreifung des Erzbistums Berlin, also 8. Juni bis 19. September 2015, wurde Rainer Koch zum Apostolischen Administrator für Dresden-Meißen mit allen bischöflichen Rechten ernannt. Wegen Diözesaner Reformen entschied sich die Kongregation für die Bischöfe für die volle rechtliche Handlungsfähigkeit Kochs für diese Übergangszeit. In Dresden anstelle der sonst üblichen Wahl eines Diözesan-Administrators mit eingeschränkten Rechten. Erzbischof von Berlin am 8. Juni 2015 ernannte Papst Franziskus Heiner Koch zum Erzbischof von Berlin. Er wurde am 19. September 2015 in der St. Hedwigs Kathedrale durch Bischof Wolfgang Eipold von Görlitz in sein neues Amt eingeführt. Kochs Amtsvorgänger Rainer Maria Kardinal Woelki übergab ihm den Bischofsstab von Alfred Kardinal Bench. In der Predigt bei seiner Einführung plädierte Koch dafür, die Christen müssten dafür eintreten, dass ungeborene, schwache, arme und sterbende Menschen sowie Flüchtlinge nicht ausgegrenzt würden. Der Erzbischof mahnte, wenn es nötig ist, auf die Straße zu gehen, um dies zu bekunden. Das Wappen des Erzbischofs verbindet das Wappen des Berliner Erzbestums mit dem bischöflichen Wappen Heiner Kochs. Die vier Felder zeigen die Wappen der vorreformatorischen Vorgänger Diözesen Brandenburg, Havelberg, Kamen und Lebus. Der Stern im Herzschild ist Symbol für die Gottesmutter Maria als Stern des Meeres und erinnert gleichzeitig an den Stern von Bethelm, der die Weisen zur Krippe führte, die im Kölner Dom verehrt werden. Das fließende Wasser verweist auf Christus als Quelle des ewigen Lebens. Der Fluss zeigt die enge Verbindung des Erzbischofs mit seiner rheinischen Heimat im Erzbestum Köln an die Elbe, die durch sein bisheriges Bistum Dresden-Meißen fließt, sowie an Spree und Havel die Flüsse seiner jetzigen Heimat, dem Erzbestum Berlin. Über Diözesane Aufgaben Heiner Koch wurde auf der Herbstvollversammlung 2014 der Deutschen Bischofskonferenz zum Vorsitzenden der Kommission für Ehe und Familie berufen. Er gehört der Migrationskommission der Bischofskonferenz und der Kommission Weltkirche an, wo er den Vorsitz der Unterkommission für Mittel- und Osteuropa übernommen hat. Des Weiteren wurde er zum Mitglied der Gemeinsamen Konferenz der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Bestellt Mit Kardinal Reinhard Marx und Bischof Franz Josef Bode wählte ihn die Bischofskonferenz 2015 zum Delegierten für die 14. Ordentliche Generalversammlung der Weltbischofs-Synode im Oktober 2015 in Rom. In der deutschsprachigen Beratungsgruppe dieser Synode wurde Heiner Koch zum Relator gewählt. Der vor dem Synodenplenum über die Ergebnisse des Sprachzirkels Bericht erstattete Positionen. Ehe und Homosexualität Koch gilt als Gegner der Ehe für Homosexuelle. Die Kirche versteht unter der Ehe die Verbindung von Mann und Frau. Geschlechtlichkeit sei nicht nur eine Frage der Sexualität, Psyche, Körperlichkeit, kulturelle Prägung beider Geschlechter ergänzten sich. Deshalb betonen wir den besonders weiten Wert der Ehe als zweigeschlechtliche Gemeinschaft, die auch zur Zeugung neuen Lebens führt. Anführungszeichen Im August 2011 regte er in einem örtlichen Konflikt an, dass der Lebenspartner eines schwulen Schützenkönigs beim feierlichen Schützenumzug nicht nehmen, sondern eine Reihe hinter diesem marschieren solle. Gleichzeitig betonte Heiner Koch, dass die katholische Kirche unabhängig von der Ehe, menschliche Beziehungen, die verbindlich den anderen gerade auch in Situationen tragen, die schwerfallen und wo es keine Lust mehr bereitet, beieinander zu bleiben. Besonders Schätze, dazu gehören auch homosexuelle Beziehungen. Homosexualität als Sünde darzustellen, ist verletzend. Ich kenne homosexuelle Paare, die Werte wie Verlässlichkeit und Verbindlichkeit in vorbildlicher Weise leben. Anführungszeichen In der Frage der Wiederzulassung von Gläubigen, die geschieden und wieder verheiratet sind, zum Empfang der Kommunion wirft er die Frage auf, ob solche Menschen, wenn sie über eine tiefe Frömmigkeit verfügen, unter bestimmten Bedingungen zur Eucharistie zugelassen werden können. Zusammen mit den übrigen Teilnehmern der deutschsprachigen Gruppe bei der Bischofssynode über Ehe und Familie im Oktober 2015 sprach Heiner Koch ein Schuldbekenntnis aus. Im falsch verstandenen Bemühen, die kirchliche Lehre hochzuhalten, kam es in der Pastoral immer wieder zu harten und unbarmherzigen Haltungen, die Leid über Menschen gebracht haben, insbesondere über ledige Mütter und außerehelich geborene Kinder. Über Menschen in vorehelichen und nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften. Über homosexuell orientierte Menschen und über geschiedene und wiederverheiratete. Als Bischöfe unserer Kirche bitten wir diese Menschen um Verzeihung. Flüchtlinge und Migranten Wer mit Worten oder Taten zur Ausgrenzung und Herabsetzung von Flüchtlingen und Migranten beiträgt, der kann sich nicht auf das Christentum berufen, sagte Heiner Koch für die Deutsche Bischofskonferenz im Februar 2016 in Berlin. Menschenfeindlichkeit und Fremdenhaus stehen nicht nur im klaren Widerspruch zu den Werten unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sondern zeugen letztlich immer von einer tiefen Missachtung der christlichen Botschaft Ehrungen. Ehrenmitglied der Katholischen Studentenverbindung K. D. St. V. Burgundia Düsseldorf M. C. V. Ehrensenator der Düsseldorfer Karnevalsgesellschaft Weißfrecke E. V. Ehrenoffizier und seit 2007 Regimentsbischof der Prinzengarde Köln 1906 E. V. Ehrenmitglied der Katholischen Studentenverbindung K. D. St. V. Elania Bon M. C. V. Ehrenbundespräsess des Bundes der historischen deutschen Schützenbruderschaften E. V. Ehrenmitglied der katholischen Studentenverbindung St. Sebastianus Schützenjugend Träger des Großkreuzes zum St. Sebastianus Ehrenkreuz des Bundes der historischen deutschen Schützenbruderschaften Z. Sebastianus Ehrenkreuz des Bundes der historischen Schützenbruderschaften E. V. Ehrenmusik